Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Prognose der 2. Liga am 5. Spieltag. 4 Spieltage sind schon wieder bereits rum. Es gibt sowohl Diskussionen und kritische Stimmen bei den einen Teams als auch Lobbekundungen bei den anderen Mannschaften, denn innerhalb der letzten 4-5 Wochen ist mal wieder einiges passiert bei uns in der 2. Bundesliga. Nun ist das Transferfenster geschlossen, die Mannschaften stehen. Es geht jetzt darum, in den nächsten Wochen wichtige Punkte zu holen und das eben auch jetzt nach einer Länderspielpause. Der 5. Spieltag steht auf dem Programm und wir hatten folgende Partien heute eben auch mit dabei. Am Freitag geht es direkt mal los mit Karlsruhe gegen Schalke sowie Preußen Münster gegen den SC Paderborn. Am Samstagmittag gibt es dann wie gewohnt 3 Spiele mit Darmstadt gegen Braunschweig, Hannover gegen Kaiserslautern sowie Ulm gegen Nürnberg. Das Topspiel der Woche findet dann in Köln statt. Der FC spielt gegen den 1. FC Magdeburg. Und Sonntag auch wie gewohnt 3 Partien am Mittag mit dem Hamburger SV gegen Regensburg, Fürth gegen Elversberg sowie Hertha gegen Düsseldorf. Somit sind das also an diesem Spieltag die 9 Partien und wir gehen jetzt mal rein in meine 9 Tipps. Wie immer in den letzten Wochen und seit dieser Saison legen wir aber erstmal los mit dem Blick zurück auf den vergangenen Spieltag, der schon wieder zwei Wochen her ist, um dort nochmal abzugleichen, wie gut oder auch wie schlecht ich getippt habe. Es ging für mich auf jeden Fall ganz gut los am Freitag mit meinem 2 zu 1 Tipp für Düsseldorf gegen Hannover. War für mich ein sehr schwer einzuordnendes Spiel. Ich war auch kurz davor, unentschieden zu tippen. Dachte aber auch dann, nee, da wird es einen Sieger geben. Habe ich dann für Düsseldorf entschieden. Sie haben 1 zu 0 gewinnen können. Immerhin die Differenz war somit dann auf meiner Seite. Auch bei Regensburg gegen Fürth hatte ich zumindest mal in die richtige Richtung getippt. Ich hatte 2 zu 0 für Fürth getippt. 4 zu 0 ist es ausgegangen. Ähnlich war es auch dann beim HSV gegen Münster. Mein Tipp 2 zu 1. Hamburg konnte aber mit 4 zu 1 gewinnen. Allerdings war dann die nächste also sozusagen schon wieder sehr unerfolgreich, könnte man sagen. Ich hatte nämlich bei Elversberg gegen Darmstadt darauf vertraut, dass jetzt die Lilien den Bock umstoßen können. Ich habe 3 zu 2 getippt. 0 zu 4 aus deren Sicht ist es ausgegangen. Falsch war ich auch bei Nürnberg gegen Magdeburg. Ich hätte nicht gedacht, dass Nürnberg so unter die Räder kommt mit einem 0 zu 4. Mein Tipp war hier 1 zu 1. 1 zu 1 hatte ich auch getippt bei Lautern gegen Hertha. Ich hatte es irgendwie im Gefühl, dass viele Tore fallen, wollte aber dann noch so ein bisschen denken, nee, wenn ich das im Gefühl habe, dann geht es vielleicht eben nicht so auf. Dann tippe ich lieber mal 1 zu 1. 3 zu 4 war ja dann hier das Endergebnis. Aber bei Paderborn gegen Ulm lag ich auf jeden Fall daneben beim 3 zu 1 Tipp. Auch da war ich mir sicher, Paderborn wird einige Tore machen. Am Ende gab es ein 0 zu 0. Immerhin in die richtige Richtung ging es nämlich bei Braunschweig gegen Karlsruhe. 1 zu 2 war es am Ende. 0 zu 2 hatte ich getippt. Und auch verkehrt war ich dann bei Schalke gegen Köln. Ich hatte 3 zu 2 getippt. Für Schalke 1 zu 3 ist es ausgegangen. Also es war jetzt auch tippmäßig kein überragendes Wochenende für mich. Es ging ganz gut los, wo ich dann echt zufrieden war, auch wenn ich natürlich jetzt kein Ergebnis exakt richtig hatte. Aber auch Differenz-Tipps sind ja schon mal nicht so verkehrt. Aber da muss auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen mehr Genauigkeit her, um auch dann vernünftig tippen zu können. Aber am Ende bleibt es und das sage ich ja auch schon die letzten Male, bevor das wieder falsch rüberkommt. Ich bin weder ein Fußball-Experte noch ein Analytiker, der in jedes Detail reingeht. Ich bin genauso Fan, wie ihr es auch seid und so tippe ich eben auch dann meine Videos mit natürlich auch sehr viel Bauchgefühl dabei. Und das machen wir jetzt auch wieder für den fünften Spieltag. Da legen wir los am Freitagabend mit dem Karlsruher SC gegen den FC Schalke 04. Denn damit haben wir hier auch ein Top-Team der Liga mit dabei. Denn Karlsruhe ist aktuell Tabellenzweiter. Sie haben 10 Punkte geholt und das ist natürlich eine richtig starke Ausbeute. Denn deshalb bedeutet eben auch, man konnte 3 von 4 Spielen gewinnen. Man hat ein weiteres Remis gespielt und ist somit noch ungeschlagen. Somit strotz der KSC vor Selbstvertrauen, auch wenn es vor 2 Wochen gegen Eintracht Braunschweig ein sehr schwieriges Spiel war. Es gab sicherlich viele, die gedacht haben, na gut Braunschweig, jedes Spiel verloren. Karlsruhe top drauf, die werden da locker easy gewinnen. Aber so locker war es auf jeden Fall nicht. Denn Karlsruhe hat sich lange Zeit schwer getan, man war lange Zeit auch in Rückstand. Hat aber dann die Partie eben noch drehen können. Nun geht es zu Hause also gegen Schalke, gegen einen emotionalen, mal wieder sehr aufgeladenen Klub, bei dem die Stimmung aktuell sehr schwer einzuordnen ist. Denn Schalke konnte ja am ersten Spieltag das Spiel gegen Eintracht Braunschweig gewinnen. Und dann gab es aus den vergangenen drei Partien nur noch einen Punkt gegen Köln. Zuletzt am Sonntag hat man insgesamt, finde ich, verdient mit 1 zu 3 verloren. Und trotzdem finde ich, auch aus Schalker Fansicht, viele von euch wissen es, ich bin Schalke-Fan, wird es teilweise auch unter eigenen Schalkern schlechter geredet, als es tatsächlich so ist. Denn Schalke hat einen Riesenumbau hinter sich. Und ein solcher Umbau, das kennt man auch in Karlsruhe in den vergangenen Jahren, dauert dann mal länger als nur vier Spiele, sondern dann vielleicht auch mal eine Hinrunde, die dann nicht optimal läuft, wo man eben auch dann Entwicklungsschritte schon sehen kann. Und grundsätzlich präsentiert sich Schalke auch deutlich stabiler im Vergleich zum Vorjahr. Auch gegen Köln hatte man phasenweise Gute mit dabei. Zu Beginn war man gut drin im Spiel. Nach dem Anschlussstreffer war man auch durchaus dann wieder etwas besser da. Auch wenn es eben defensiv weder auch sehr, sehr schwach war. Und da ist eben die große Frage, kriegt Schalke das gegen Karlsruhe hin? Man hat natürlich jetzt auch ein bisschen das Glück gehabt, dass die Länderspielpause war. Man konnte nochmal ein bisschen was einstudieren. Schalkes Abwehr ist das große Problem. Auf der anderen Seite hat aber Karlsruhe auch schon gezeigt, dass man jetzt auch nicht nur souverän spielt, sondern auch Phasen mal im Spiel drin hat, wie auch gegen Braunschweig, wo man Probleme bekommt, wenn der Gegner auch ordentlich will. Und deswegen tippe ich hier auf ein 1 zu 1 unentschieden. Ist natürlich wie gesagt auch ein Tipp aus dem Gefühl heraus. Jetzt werden wahrscheinlich wieder einige sagen, ja gut, nur weil der Schalker bis tippt sich auf ein 1 zu 1. Ich finde es aber tatsächlich gar nicht mal so unrealistisch. Schauen wir damit auf das zweite Freitagabendspiel zum Auftakt diesen fünften Spieltages. Und das findet im Westen der Republik statt zwischen Preußen Münster und dem SC Paderborn. Münster hat ja bislang als Aufsteiger aus der dritten Liga nur einen Punkt geholt. Und somit kann man natürlich bislang mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein. Man ist noch nicht so richtig da, aber das Gefühl in der zweiten Bundesliga das letzte bisschen fehlt so ein bisschen auch in jeder Aktion. Und das war auch gegen den Hamburger SV am vierten Spieltag immer und immer wieder der Fall. Da hat man mutig gespielt, hat auch Nadelstiche gesetzt, aber man vergibt einfach deutlich zu viele Großchancen. Das war schon in den letzten drei Partien der Fall und eben auch dann gegen Hamburg. Man lag dort auch dann sehr früh mit 0 zu 1 zurück, ist auch selber dann teilweise in Konter reingelaufen und hat die Gegentore auch dann zu einfach kassiert. Am Ende gab es eine 1 zu 4 Pleite. Es war trotzdem eine tolle Atmosphäre dort. Die Münsteraner stehen voll und ganz hinter ihrem Verein. Und so wird es auch wichtig sein, denn es wird auch weiterhin schwer sein, vor allem eben auch jetzt gegen starke Paderborner. Denn die hatten ja direkt mal zum Auftakt zwei Siege feiern können. Jetzt gab es zwei unentschiedene Folge, so auch beim 0 zu 0 gegen Ulm. Da hat man ein gar nicht mal so verkehrtes Spiel gemacht. Man war auch grundsätzlich das bessere Team, hat auch einige große Chancen gehabt, die man aber nicht genutzt hat. Da hat eben auch im letzten Drittel das letzte bisschen immer und immer wieder gefehlt. Ich glaube aber, dass Paderborn es jetzt gegen Münster wieder zeigen wird und am Ende mit 2 zu 0 gewinnen kann. Kommen wir damit zum Samstagmittag. Samstagmittag und dort zu einem wahrlichen Druckspiel. Darmstadt 98 empfängt Eintracht Braunschweig. Ich glaube nicht, dass beide Mannschaften gedacht haben, dass sie am fünften Spieltag als Tabellen 17. gegen den 18. spielen werden. Gehe ich nicht davon aus, weil beide Ansprüche logischerweise ganz anders waren. Darmstadt kam runter aus der Bundesliga und natürlich wissen sie auch, dass es dann mal sehr schnell schwierig werden kann. Und trotzdem hat man sicherlich nicht mit einem Punkt nach vier Partien gerechnet. Braunschweig wiederum mit einer starken Rückrunde und wollte auch natürlich mehr als 0 Punkte nach vier Partien. Und bei Darmstadt gab es ja am letzten Spieltag die 0 zu 4 Abreibung und gegen Elversberg, da ist man komplett um die Räder gekommen. In jeder Sekunde des Spiels war man eigentlich chancenlos. Am Beginn war man überhaupt nicht da. Und das ist schon wirklich ein Wahnsinn als Absteiger, wie schlecht diese Mannschaft bislang performt hat. Es gab deswegen auch das Ende von Thorsten Lieberknecht, wo man eben auch dann sich einig war, so kann es nicht weitergehen. Und dieser Neuanfang, der legt man eben jetzt direkt mal los mit einem Druckspiel. Ich nehme das Video ein paar Tage vorher auf, bevor ihr es seht. Also ich weiß noch nicht, wer neuer Trainer ist bei Darmstadt 98. Bei Florian Kohfeldt sah es jetzt auf jeden Fall danach aus, dass die Gerüchteküche in die Richtung brodelt. Und natürlich wird es direkt mal ein sehr, sehr wichtiges Heimspiel am Samstagmittag. Aber auch Braunschweig hat immensen Druck, denn man hat eben noch keinen Punkt geholt. Und vor allem defensiv hat man sich in den ersten Spieltagen extrem wackelig präsentiert. Aber, und das sollte jeden Mut machen, gegen Karlsruhe am letzten Spieltag sah es lange Zeit danach aus, dass er zumindest mal einen Punkt, vielleicht sogar drei holen kann. Denn da lag man ja auch sogar in Führung. Am Ende gab es trotzdem eine bittere 1-2-Pleid. Doch da hat eben dann die nächste Konsequenz gefehlt. Vielleicht auch schon vorher mal das 2-0 zu machen. Deswegen erwarte ich hier auch ein absolutes kampfbetontes Spiel, an dessen Ende sich Darmstadt und Braunschweig mit 2-2 unentschieden trennen werden. Ein Topspiel. Zwei Mannschaften haben wir dann auch nochmal am Samstagmittag dabei, die beide auch durchaus hoch hinaus wollen. Mit Hannover 96 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Hannover hat ja an sich einen ganz guten Start in dieses Jahr hingelegt. Man hat da den ersten drei Spieltagen sieben Punkte geholt. Aber auch der letzte Spieltag hat eben dann gezeigt, dass man eben phasenweise auch in den Spielen selber noch nicht konstant genug ist. Man hat nämlich zuletzt in Düsseldorf mit 1-0 verloren. Und das war auch vollkommen verdient. Man war nicht gut drin im Spiel. Nach vorne hat man kaum Gefahr ausgeschaltet. Es war ein ganz, ganz komisches Außerheitsspiel, weil einfach viel zu wenig gezeigt wurde von dem, was man zeigen wollte. Und man hätte sogar auch mehr Gegentore kassieren können, wenn nicht sogar gar hätte kassieren müssen, weil es einfach von Hannover kein gutes Spiel war. Kaiserslautern wiederum hat auch sieben Punkte geholt. Natürlich ist aber auch dort die Wahrnehmung nochmal ein Ticken anders nach Abstiegskampf im Vorjahr. Hannover hat ja schon den klaren Anspruch, ganz oben mitzuspielen. Lautern will mittelfristig nach oben, aber Platz 10 ist sicherlich dafür erstmal so, wie es ist, in Ordnung. Man kann auf jeden Fall damit zufrieden sein. Auch dort gab es an den ersten drei Spieltagen sieben Punkte. Lautern und Hannover haben den gleichen Weg. Erster Spieltag gewonnen, zweiter Spieltag unentschieden, dritter Spieltag gewonnen, letzter Spieltag verloren. Und bei Lautern gab es diese bittere 3 zu 4 Heimniederlage gegen Hertha BSC. Das hat natürlich richtig weh. Man hat aber auch gesehen, die Stimmung am Betzenberg ist besonders, ist speziell. Das ist magisch, was da teilweise passiert. Auf der anderen Seite hat aber auch die Abwehr einfach weiterhin große Probleme. Das müssen sie in den Griff bekommen. Und trotzdem glaube ich, dass gegen Hannover wirklich etwas drin ist. Und deswegen tippe ich für viele, vielleicht auch durchaus so überraschend, auf ein 3 zu 1 Auswärtssieg vom FCK. Samstagmittag ist auch eben so ein bisschen Zeit der Druckspiele für Darmstadt, für Braunschweig, aber auch für Ulm und Nürnberg. Denn der SSV Ulm ist bislang auch noch ohne Sieg in der Liga. Man hat immerhin jetzt mal einen Punkt holen können beim 0 zu 0 gegen Paderborn. Das war der erste Punktgewinn in dieser Saison. Es wird sicherlich Mut gegeben haben, jetzt auch Zeit gegeben haben, in der Spielpause nochmal ein bisschen was zu korrigieren. Denn auch gegen Paderborn hat man phasenweise wieder wirklich gut nach vorne gespielt. Und die Chancen waren auch mit ein bisschen Glück da, sogar ein Tor zu erzielen. Man muss einfach effektiver werden. Ähnliches Thema auch wie bei Preußen Münster. Da muss Ulm einfach nochmal ein Ticken mehr Spielglück vielleicht auch erzwingen. Und das wird gegen Nürnberg sicherlich auch nötig sein. Denn dort gab es einen großen Umbau mit 4 Punkten. Und jetzt eben auch dann nach 4 Partien. Trotzdem, auch wenn die Punktausbeute, finde ich, gar nicht mal so verkehrt ist, hat man größtenteils enttäuschend gespielt. Auch gegen Magdeburg war es wieder enorm schwach. Und man ist dann mit einem 0 zu 4 in die Länderspielpause gegangen. Also teilweise war auch Pech mit dabei. Auch in dem Spiel hatte man offensiv phasenweise Pech gehabt. Aber in der Abwehr ist es einfach überhaupt nicht gut genug. Und deswegen bin ich echt gespannt, welche Reaktion Nürnberg zeigen wird, nach eben jetzt dieser einwöchigen Pause. Ob das dann jetzt alles besser geworden ist und ob die Kritiker dann verstummen werden. Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich rechne mit einer Überraschung und sage, Ulm gewinnt mit 1 zu 0. Und damit haben wir noch ein Spiel am Samstag. Und zwar am Samstagabend. Das Topspiel der Woche, wenn es um die Anschlusszeit geht. Aber es ist auch ein Topspiel der Woche. Der 1. FC Köln empfängt den 1. FC Magdeburg. Köln als Bundesliga-Absteiger steht aktuell auf Tabellenplatz 6. Magdeburg als Mannschaft, die im vergangenen Jahr doch noch mal in Abstiegskampf gereingeraten ist, ist aktuell sogar Tabellenvierter. Beim FC gab es ja nun zwei Siege in Folge. Und vor allem offensiv sieht es wirklich immer und immer besser aus, was man da so macht. Man hat größtenteils souverän auf Schalke mit 3 zu 1 gewinnen können. Es war ein verdienter Auswärtserfolg. Und diesen Schwung will man logischerweise jetzt auch sehr gerne mitnehmen. Aber auch der SFC Magdeburg hat eine breite Brust. Sicherlich sogar noch mal eine breitere Brust als der FC. Denn man ist noch ungeschlagen. Man konnte zweimal gewinnen, man konnte zweimal unentschieden spielen. Steht damit auf einem sehr, sehr guten Tabellenplatz 4. Und auch gegen Nürnberg, wie angerissen, gab es ja am letzten Spieltag einen Auswärtserfolg. Man konnte mit 4 zu 0 gewinnen. Vor allem auch die zweite Halbzeit war dort richtig, richtig stark. Und deswegen wird es, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für den 1. FC Köln. Viele tippen jetzt sicherlich darauf, dass Köln hier gewinnen wird und seine Zwei-Sieges-Serie fortletzen kann. Ich sage aber, nee, so weit kommen wir nicht. Beide Offensiven werden glänzen wie auch in den vergangenen Spielen. Beide Defensiven werden aber auch damit ihre Probleme haben. Und somit dreht man sich hier mit 2 zu 2 unentschieden. Blicken wir damit auf den Sonntagmittag. Auch dort haben wir noch drei Partien auf dem Programm. Und legen wir los. Anstoß 13.30 Uhr mit dem Hamburger SV gegen den Jahn aus Regensburg. Wir haben ja aktuell in der zweiten Liga einige Mannschaften, die sieben Punkte oder acht Punkte geholt haben. Wodurch natürlich auch das der Ausgangslage ist, die dann bei dem einen besser ist, bei dem anderen schlechter ist. Und auch der HSV geht eben dann zu den mehreren Mannschaften mit sieben Punkten. Und ich glaube, dass man damit auf jeden Fall leben kann. Am letzten Spieltag gab es den 4 zu 1 Sieg gegen Preußen Münster. Der war wichtig. Das hat gut getan. Und man hat eben auch richtig schöne Tore erzielt. Zur Pause lag man ja schon mit 3 zu 0 in Führung. Und gegen Regensburg war man nun doch, weil wir jetzt erst recht vor allem im Publikum genannt haben. Genauso weitermachen. Und auch der Jahn ist letzte Woche, am letzten Spieltag, ähnlich wie Münster, komplett untergegangen. Man hat mit 0 zu 4 gegen die Spielvereinigung aus Fürth verloren. Und hat ja grundsätzlich auch schon zuvor defensiv große Probleme gehabt. Man braucht zudem auch parallel vorne einfach dann zu viele Chancen. Und hat auch dann Fürth im Spiel am Ende einfach machen lassen. Das ist natürlich sehr gefährlich, dieses Gesamtkonstrukt dann jetzt gegen den HSV zu spielen. Die Lust haben, die liefern wollen, die in die nächsten drei Punkte holen werden. Denn Hamburg gewinnt hier mit 3 zu 0. Und damit sehr souverän gegen Jan Regensburg. Über Regensburg Gegner. Der Gegner haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen mit der Spielvereinigung aus Fürth. Denn auch das ist ein Top-Team der Liga, was weiter ungeschlagen ist. Man hat bislang starke 8 Punkte geholt. Und eben am letzten Wochenende, als keine Nennenspielpause war, gegen Regensburg mit 4 zu 0 gewonnen. Man hat zwar auch dort teilweise zu viel zugelassen, wo Regensburg also auch Chancen gehabt hätte, ein Tor zu erzielen. Ausgerechnet Noll, der ja zuvor von Sonnenker kritisiert wurde, hat da richtig starke Paraden gezeigt. Und trotzdem haben wir natürlich jetzt auch mit Elversberg eine Mannschaft, die nochmal deutlich offensiv stärker ist im Vergleich zu Jan Regensburg. Denn Elversberg hat bislang auch 5 Punkte geholt. Natürlich auch prägend durch den letzten Spieltag, wo man eben gewinnen konnte, ist das eine gute Ausbeute. Denn auch Elversberg konnte am letzten Spieltag mit 4 zu 0 gewinnen gegen Darmstadt. Man hat dort einen sehr, sehr guten Fußball gespielt. Aber es darf natürlich auch nicht vergessen werden, dass Darmstadt auch ein dankbarer Gegner war in dem Falle. Denn Elversberg wurde teilweise eingeladen zum Tore schießen. Also Fürth wird es ihn schon deutlich schwerer machen. Ich sehe einfach dann die Mannschaften im Vergleich. Dann sehe ich aber deutliche Vorteile bei der Spielvereinigung aus Fürth und Tippe. Deswegen hier auch auf ein 2 zu 1 Heimsieg. Ein Spiel haben wir noch und auch das hat sicherlich den Namen Topspiel verdient. Denn zwei Aufstiegsaspiranten treffen aufeinander mit Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf. Auch die Hertha hat 7 Punkte geholt. Also wir haben wirklich einige Mannschaften, die die Punkte ausbeute auf ihrem Konto haben. Und zuletzt gab es ja dort das Wahnsinnsspiel auf dem Betzenberg. Man konnte mit 4 zu 3 gewinnen. Es ging hin und her. Man lag zurück. Man war in Führung. Man lag zurück. Man konnte noch gewinnen. Und das war schon wirklich der absolute Wahnsinn. Man konnte, finde ich, schon sehr, sehr gut sehen. Was Christian Fell vor allem auch im Ballbesitz haben möchte. Man konnte aber auch sehen, dass die Defensive auch bedingt durch den Abgang von Marc-Oliver Kempf sehr, sehr wackelig ist. Und da ist eben so ein bisschen die Frage, wie weit Düsseldorf genau das aussetzen wird. Denn die haben, ähnlich wie Karlsruhe, einen Top-Start hingelegt mit 10 Punkten. Man hat schon drei Siege auf dem Konto. Selbst eben der 1-0-Sieg gegen Hannover, der wirklich ein unglaublich souveräner und starker Auftritt war. Die Mannschaft ist nochmal besser geworden. Er ist recht in der Kaderbreite. Man kann richtig gute, junge Leute reinwerfen. Und deswegen steht Düsseldorf vollkommen verdient auf Platz 1. Und ich sage jetzt schon mal, Düsseldorf wird dort auch bleiben, wenn man gewinnt gegen Hertha mit 1 zu 0. Und damit sind das also meine neuen Tipps für den fünften Spieltag in der zweiten Bundesliga. Und ihr habt ja schon am Anfang des Videos gesehen, meine Tipps gehen nahezu immer komplett so auf. Und deswegen lohnt sich auch der Blick nochmal auf die Tabelle, denn genau die wird dann so aussehen nach dem fünften Spieltag. Die Fortuna aus Düsseldorf wird Tabelle in erster sein vor dann den Elf-Punkte-Teams aus Fürth, Paderborn und Karlsruhe. Wir werden Hamburg und Kaiserslautern mit jeweils starken 10 Punkten. Und somit oben natürlich direkt mal einen richtig guten Aufstiegskampf. Aber auch immer weiter im Kreis dazu haben wir dann Magdeburg und Köln mit 9 und 8 Punkten. So wie auch dann eben noch Hertha und Hannover mit 7 Punkten. Elversberg und Schalke bilden dann so ein bisschen das kleine Mittelfeld mit jeweils 5 Punkten. Und ab dann wird es schon eng für Ulmuth und Nürnberg mit 4 Punkten. Regen zurück mit 3 Punkten, Darmstadt immer mit 2 Punkten. Und dann Münster und Braunschweig mit jeweils einem Punkt auf dem Konto. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu meinen Tipps in die Kommentare schreiben, wie auch eure Tipps in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. In dem Sinne, macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video.